Halli, halli, meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Rising World. Ach, ja, wunderbar. Es ist tagsüber. Das heißt, die Sonne scheint. Das heißt, wir können an unserem Pferdestall weitermachen. Ich will nur mal eben schauen, habe ich denn noch Erze? Nein, gut. Naja, oder auch nicht, je nachdem. Ah, sehr schön. So. Ferdi. Da bist du. Na. Zotte, alles klar. Gut. So. Die hier. Kann ich die? Nein, die kriege ich so nicht weg. Okay. Dann brauche ich... Einmal... Huch. Hier habe ich doch meine Sachen drin. So, einmal Löakt. Wo ist die denn? Ach so, habe ich ja gar nicht mehr. Dann nehme ich mal... Ja, ich nehme mal das Brecheisen. Jetzt habe ich immer Angst, wenn ich rauskomme, ob hier irgendwo so ein blöder Bandit rumrennt. Oh, da ist noch ein Pferdi. Naja, was heißt Angst, muss man vor denen ja nicht unbedingt haben, aber... Bisschen seltsam sind sie dann schon. So. Das hier kommt weg. Eben so das. Wir müssen das ganz anders aufziehen. So. Ferdi. Wie nennen wir denn das Pferd? Jacqueline. Ja. Oh, Wackelohr. Blinker. Blinker. Ich nenne dich Blinker. Du bist Blinker. Okay. Bist du ein Blinker oder eine Blinky? Blinkerine. Ja, sieht man nicht. Ja, ist egal. So. Okay. Erstmal Steine. Ich mache da immer wieder zu. Denn, ja, ich traue dem Braten nicht. So. Halt. Flache Rampe. Nee. Sonst haben wir keine mehr, ne? Ja. So, dann, ähm. Hol ich mal ein bisschen Stein. Und dann machen wir hier mal. Beton, Steinfliesen. Die waren es nicht. Beton, nein. Nein, Asphalt. Nein. Oh, was war denn das? Pflasterstein. Die waren es auch nicht. Nein. Die hier? Ach, du Schande. Nein, die waren... Hä? Moment mal. Stein. Nein. Pflasterstein. Holten. Steinfliesen waren es auch nicht. Betonplatten. Natürlich. Nein. Ornamentfliesen waren es auch nicht. Ornamentfliesen waren es auch nicht. Nein. Verdammt. Fliesen, nein. Naja, also. Muss doch hier Pflasterstein sein. Aber bei der hier sieht echt cool aus. Okay, weißt du was? Ich will die nicht aufheben. Denn sonst fahren die mir hier wieder im Inventar rum. Ja, das ist irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich mach's so. Also geht das ganz gut. Das Bär stört es nicht, wenn wir hier... Mit dem Presse kann man ein bisschen rumarbeiten. Ah, das Pferd. Kein Problem. Ja, ein bisschen beschwert sich's. Ah, das macht gar nichts. Das ist unser Blinker. Oh, oh. Erde. Habe ich meine Hake dabei? Könnte ich die Erde so wieder reinsetzen? So. Oh, wir haben zweimal Erde gekriegt. Ist das gerade? Ja, oder? Das geht echt verdammt schnell. Was ist eigentlich hier? Hier ist... Hier ist höher. Hä? Ich nehm' mir mal die Hake mit. Hake? Hier. Hake. Die Hake. Äh, dann brauchen wir das Ding... am Löwbrecher-Eisen nicht mehr. Hat sich da gerade was bewegt? Nö. Nö. Naja, gut. So, dann nehm' ich mal die Hake. So, wunderbar. Ach, hier ist auch noch. So, und hier können wir das... Ist das tiefer? Oh ja, das war tiefer. Ja, gut. Sieht man nicht so wirklich. So. Okay. Ähm, und dann machen wir diese andere Fliese. Na nu, warum hab ich jetzt... ...dat Ding in hier. Ähm... So, Hake brauchen wir gerade nicht. Das, äh... Ja... Nee, auch nicht. Erde. Hat hier nichts verloren? Wo war Erde? Auch hier, oder? Ja, hier war Erde. Äh, Erde. Erde. So, Stein. Pflasterstein. Mach' ich mir auch mal als, äh, Dingens. Dann passiert das nicht noch mal. Halber Block. Ja. Halber Block. So. 64 Stück. Ja, komm. Wir schauen mal. So, wo sind sie? Ja. Also, nach oben. Nee. Tiefer, oder? So, ja. So. Ja, das sieht schon besser aus. So, dann machen wir mal so. Oh, ich stehe im Weg. So. Zack. So, dann hier. So, dann hier. Hier noch. Oh, hier kann ich eigentlich auch noch machen. So. 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 So, dann bis hier. Da lassen wir dem Pferde hier einen Bereich. Wo es sich mal hinlegen kann. Äh, wie zwei. Oh, alles schon verarbeitet. Okay. Da mach' ich dann, glaub' ich, Erde mit rein. Das wär', glaub' ich, ne gute Idee. So, dann machen wir noch ein paar. Da, 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 da. So. Machen wir mal bis hier. Hier kann's dann schön stehen, ohne sich da, äh, die Füße im Bauch zu stehen. Und hier kann's halt, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir dann noch ein zweites oder ein drittes. Oder so, keine Ahnung. So, dann machen wir mal so. Und dann hier, so als Anbindeplatz oder so. So, die schreiben wir da Zugabe. Ach, das Bauen hier ist schon schön. Ist schon ein bisschen einfacher als bei Minecraft. So, ich will das hier, oder nehme ich das dann auch als, als Wegmüll, das ist ja so für das Pferd. Und dann brauche ich noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wenn ich richtig gezählt habe. So, konnte ich das teilen? Nein, kann ich nicht. Egal, dann machen wir so. Noch sieben Stück. Und das Zeug hier zurück. Ja, ich mache natürlich draußen auch noch einen schönen Weg überall hin und so. So, wo ist es? Hier. Sehr gut. Oh, vier. Habe ich mich doch verzählt? So, jetzt passt es aber. So, und wie mache ich jetzt deine Wände, Pferdchen? Jetzt wollte ich mal was schauen. Und zwar... Nein, nicht hier. Holz haben wir hier. So, zack, zack. Zack. Nehmen wir mal so viel mit. Bauelemente. Holzbalken. Holzstamm. Holzplanke. Glasscheibe. Rohrstoffe. Okay, hier nicht. Dann hier. Natürlich. Das ist Erde. Sand. Schnee. Irgendwelches anderes Zeug. Stein. Stein. Holzblöcke. Genau. So, was nehmen wir denn da? Ach, das benötigt Baumstammstück. Und nicht Holz. Uh. Naja, dann. Nehmen wir Baumstammstück mit. Oh. Wie viel Baumstammstück benötigt das denn? Ach was. Ein Block, ein Klotz. Ah ne, gibt gleich sechs. Ah, sehr gut. Das ist das Kork. Ach so, haben wir schon. Oh. So, normales Holz suche ich halt, ne? Oh, na. Ich will nämlich mal versuchen, ob wir da so Slabs machen können und die Hochkant hinstellen. Ah, das da vielleicht. Ich mach mal. Okay, sind dann gleich sechs Stück. Ganz schön viel. So, dann schauen wir doch mal. So, erstmal nach oben ziehen. Okay, kann ich hier nicht draufsetzen. Warum nicht? Und drehen kann ich die auch nicht. Hochkant. Ne, tatsächlich nicht. Okay, ich kann die nur hochsetzen. Das heißt, wir müssten die zuerst wegmachen. So, und tschüss. Dann machen wir es mal so. Ach so, halt. Was mach ich denn? Äh, hier muss ich lang. Okay. Oh, Hund geht ja auch. Ah ja, stimmt. Na ja, dann können wir eigentlich... Bietet sich als Säule an. Jawohl, nee. Das ist dann auch wieder kacke. Nee, dann machen wir mal die hier. So, zwölf Stück. Oh, ja. Ist nicht sehr viel, ne? Dann nehm ich wohl schon mal die Kettensäge mit. Hä, wir haben noch sechs. Ah, jetzt. Na also. So, das mach ich auch mal als Favorit. Und dass ich noch weiß, dass das dieser Holzblock war. Ich bin schon ein Angsthase. So, ähm, dann den hier raus. Und... Den hier raus. Und dann, äh, erst mal schauen. Wir müssen ja ziemlich hoch. Also, wir müssen auf jeden Fall so hoch mit dem Stall. Wenn wir drauf sitzen. Äh. Äh. Ja, schwierig. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Ach so, da konnte ich ran wegen der Wand. Okay. Hm. Jawohl, hier kann ich dahinter machen. Nee, das ist auch blöd. Also, das da. Und das da. Moment mal, ich kann doch so machen, oder? Ja. Und dann breche ich mir das Bein. Nee, zum Glück nicht. Kann ich auch... Oh, ich kann auch so nach oben bauen. Ja, toll. Hätte ich das mal früher gewusst. Na? Hier regnet das? Na? Ah, toll. Nein. Ah, shit. Na, egal. Komm, hau ab, das Ding. So. Okay, ich brauche noch sehr viel mehr Holz. Das heißt, was machen eigentlich unsere... Was macht unsere Baumplantage da hinten? Oh. Baumwolle. Auch gut. Für unsere Klamotten. Ruckelt hier. Oh. Soviel zu unserer Baumplantage. Hui. Habe ich jetzt die Bäume hier... Da ist schon wieder welche zersägt, ne? Ah, verdammt. Wo sind denn die alle hingeflogen? Okay. Na? So, haben wir alle. Scheint so. So. Ach schön, das ist doch geil, so eine Plantage. Eine Baumschule. Nicht Plantage, sondern Baumschule. So, die Setzlinge nehme ich auch wieder mit. Da können wir dann gleich wieder nachpflanzen. So, wie klappe ich denn? 20? Ja, das reicht ein bisschen. Ne, das ist auch noch ein Setzling. Ja, da haben wir ja dann jetzt doch hier ganz schön viel an Bäumen. Da können wir dann wieder gut abholzen. So, Baumwolle. Da hat es auch noch. Ich will nicht zu weit nach hinten. Nicht, dass uns da ein Bärlein oder ein Wolf oder so über den Weg läuft. Denn die kommen ja dann doch schon ganz schön nah an unser Zuhause hier ran, wie wir gesehen haben. Ich kann bestimmt auch auf Feldern, kann ich bestimmt auch Baumwolle anpflanzen, wette ich. So, dann räumen wir das Ding wieder auf und das Ding. Und dann kommen die Setzlinge, die kommen hier rein. Und Baumwolle haben wir auch wieder. Die kommt hier rein. Huch, am besten alles. So, und da würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Folgenpause. Und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt, time to play. Hier bei Rising World. Bis dahin, macht es mir gut. Tschüss.